Ja, ich werde in Österreich bleiben, weil nachdem ich noch nicht geimpft bin, glaube ich, wird das recht schwer ins Ausland. Aber das ist für mich kein Problem. Österreich ist auch super. Ich habe eigentlich im Herbst vorweg zu fahren, aber jetzt über den Sommer bleibe ich hier. Wir fahren weg, ja. Wir bleiben in Österreich. Wir fahren, also fahren oder fliegen, wir wissen es noch nicht wahrscheinlich nach Italien. Eine Woche machen wir auch in Österreich Wanderurlaub. Also das ist in Österreich sicher noch am besten. So die Berge. Ich bin oft im Burgerland, nicht in Wien. Das ist für mich meine Zeit so oft im Sommer. Burgerland ist Burgerland. Aber lustig, weil ich in Wien wohne und mag lieber Burgerland. Aber trotzdem muss ich meine Familie besuchen nach zwei Jahren, weil jetzt ist es möglich. Es ist auch ein bisschen billiger geworden, die Tickets. Aber ja, nach zwei Jahren ist es notwendig für mich, wenn meine Familie zu besuchen in Polen im Winter jetzt ist. So großen Einfluss hat es nicht eher letzten Sommer, da bin ich ganz in Österreich geblieben. Und so große Reisen sind bei mir finanziell sowieso gerade nicht drinnen. Deshalb Studentenleben und Kroatien, Beachurlaub diesen Sommer. Ich plane ehrlich gesagt immer eher wenig und buche meistens immer Last Minute. Also von dem her hat sich da nichts geändert.